Musik Felix macht glücklich, so lautet das Motto des Mendelssohn-Hauses. Und es ist wahr, der Gedanke an Felix Mendelssohn-Bartoldi bringt uns ein Lächeln ins Gesicht. Es ist ein schöner Gedanke. Wir lächeln, wenn wir an Felix denken. So wie Felix lächelt auf dem berühmten Porträt von Hildebrandt in unserer Ausstellung. Wir wünschen uns sehr, dass Sie die Konzerte im Mendelssohn-Haus mit einem Lächeln erleben. Mit Freude. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020